Warte mal, ist das die dritte Folge Elzember? Dritte Folge Elzember Es ist die dritte Folge Elzember, Walle Nee, oder? Die dritte, Junge! Wollt ihr dritte Folge Elzember mehr Likes und Kommentare kriegen als die Episode davor? Like? Kommentar? Elzember, dritte Folge Ich sehe schon, irgendjemand hält den Arsch dahin Alter, Digga, du machst das echt close jedes Mal Ich könnte jetzt hier von meinem Stuhl scheißen Ich halt so schocken, Max Ja, sieht super bequem aus Bin ich jetzt lauter, Max? Ich habe noch niemandem meinen Penis gezeigt, nicht mal Frauen Max, bin ich besser eingestellt Irgendwo ein bisschen traurig, aber lass mir was sagen Ich bin Autist, wollte ich schon fast sagen Testo, mach mal ein Intro Hallo, ich bin der Humboldt, ich weiß nicht, was heute passiert Corona, kennst du den? Das ist der Aftershock Ich kenne das eher als Two Pinky, One Stinky, Mann Aber Aftershock ist auch nicht schlecht Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott So smart, Nessi hat gerade verstanden, was es heißt Haier haben zwei Penisse, von denen einer oft abbricht Der wächst nach, das ist voll krass, was? Das ist jetzt die dritte Penisnotiz in meinem Schreiben Im Prinzip sind es keine Penisse, sondern im Prinzip haben die ihre Eier bloß außerhalb Und die schieben das Ei rein und nicht den Schwanz Warum können wir nicht unsere Eier irgendwo reinschieben? Kannst du? Kannst du ja mal ausprobieren, das nächste Mal die Eier mit reinzuschieben Ob das so geil ist, weiß ich nicht Eigentlich, sie alle zu krass Ins Dunkle zu treiben Deine Mutter zu ficken Wieso fühlst du dich immer angesprochen, wenn ich sage, ich will deine Mutter ficken? Die Frage ist nur, ist sie heiß? Wahrscheinlich nicht Meine nicht, ich kann es keinem von euch empfehlen, meine Mutter zu ficken Andy, willst du rein? Ich gehe jetzt rein! Ah ja? Bist du schon drin? Ja, ich bin sneaky, man merkt das bei mir nicht Die Mädels wussten auch gar nicht, dass wir miteinander geschlafen haben Weit, wenn mein Pimmel so klein ist, hehehe Das junge Mastel Ketchup ist aus Ah, die ist rot Wie meine Menstruation Loll Wir ficken dich so hart, das ist fast wie zuhause Bei deinen Eltern oder was? Oh Ihr könnt gerne zustoßen Hat ja funktioniert Hart Wir wollen nicht hart zusto- Schafft ihr die drei Typen da? Klar, drei ist easy Alle? Immer wenn du so ne Dose aufmach, musst du Wem blase ich jetzt ein? Äh, Christo Wer ist hier links? Der ist hier links Ich hab hier Mein Max Nein Harry Potter vibratoren in Form dieser Zauberstäbe Ja und der Vibrator hat ne Spracherkennung und du kannst dann Zaubersprüche sagen und je nach wie macht er denn da Expediamus und dann dreht das Ding völlig frau Danke schön Okay, okay Bring gleich da, bring gleich da Ne, ich machs nicht, lieber mal nicht Ehhh, heil mich Nein, geh weg von mir, helfe ab Ey, dein Red Buff ist ab Alter, Max verpässt dich Scheiße Oh mein Gott, Alter, Christo, what the fuck? Was? Wo kam denn das jetzt her, Christo, man? So, ich geh jetzt zu meinem Red Buff und ich möchte, dass du den Mindestabstand einhält, Max Gehen Max, 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 ich schwör bei Gott Wow Ey, nein Na? Raus, was sie macht Wir sind Back im Game Ich hab keine hier, ich hab keine hier Pflanze, Pflanze Oh, 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 nein, du hast einen Miss-Attack auf die Pflanze Du hast deine Artikel gekänt Are you finished? Nein Nein, 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 nein Gib ihm Saladin kaputt, Junge, komplett rein Ja, dauert TC Pflanze Pflanze ist hier Nein, nein, nein Hätte ich da jetzt Nest den Red Buff gegeben, hätten wir es euch gewonnen Und wenn die Mädels unten Hilfe brauchen, sagt einfach Bescheid, ich komme runtergeroomt Zwei sind per Problem So, ich bin nicht wieder Oh, alle sind weg Ich hör' euch noch Ja, das hast du ja grad gesehen, ne? Bin der Hammer Ja, bist du wirklich Das ist der Hammer Oh, ich konnte es mal Ich hatte auch schon einen schlechten Sex, Alter Mit, mit mir kann man keinen schlechten Sex haben Ist komisch mit Eltern, ne? Ist komisch Komm wieder, du bestückst Nicht du Jaaaa Jaaaa Nicht soweit Jaaaa 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 Nein Da ist der 13, zwei Jahre Jaaaa 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 Oh nein! Ich war das Opfer! Ich wurde geopftet! Alles klar, lasst einen Like da und einen Kommentar. Wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, Hashtag Koyoteisda oder Hashtag Elsember 3 Hallo, aufhören, aufhören oder mach weiter! Wollt ihr dieses Premium-E-Mode haben und Teil der Koyote auf Twitch sein? 18 Uhr heute Abend, stream ich live! Guck mal, was ich habe! Bis zum nächsten Mal!